Ich bin hier, um mich gegen Gewalt an Frauen stark zu machen. Dieses Jahr ist der Fokus psychische Gewalt und ich sehe das auch als eine Möglichkeit, unsichtbar sichtbar zu machen, weil es ein grosses Thema ist. Um ein Zeichen zu setzen und für Frauen, die es nicht aus eigener Kraft geschafft haben oder zu zeigen, dass wir alle da sind füreinander. Ich bin sehr gross immer da, weil auf dem Flyer hier steht ja 16. Es waren ja 16 vor ein paar Wochen oder so, jetzt sind es schon 18. Das zeigt, dass es dringend nötig ist, dass wir da sind. Ich glaube, es gibt viele strukturelle Probleme, die verhindern, dass Frauen den ADK zu bekommen. Häufig greife ich so Massnahmen zuerst, wenn etwas passiert ist. Und darum finde ich so eine Awareness, etwas zu arbeiten für die Themen und auch mögliche präventive Massnahmen zu lancieren, wäre etwas sehr Wichtiges, weil wir das Menschenleben retten können damit. Heute in der Schweiz ist 18 Frauen gestorben. 18 Frauen ist mega viel. In der Schweiz ist nicht Latinoamerika oder Arabisch oder Zor. Es ist die Schweiz. Das ist mega traurig. ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank.